Hallo, hier ist wieder euer Weehawg und ich begrüße euch zurück bei diesem komischen Spiel hier namens Pokémon, ist das richtig? Pocket Monster? Pocket Monster Blau? Ihr habt euch auf jeden Fall entschieden, wir sollen das Helix Fossil nehmen und das werden wir jetzt auch mal tun. Halt, das ist doch Fossil, entschuldigt. Ja, wir nehmen das Helix Fossil und damit bekommen wir einen Ammonitas, da bin ich schon so ein bisschen hin und her gerissen. Also das Problem ist, ich finde Ammonitas tatsächlich cooler als Kabuto, aber ich finde Kabutops, die Weiterentwicklung von Kabuto, wiederum ziemlich wesentlich cooler als die Weiterentwicklung von Ammonitas, nämlich Amoroso. So, außerdem ist Amoroso ein ehemaliger Dortmunder Stürmer und irgendwie, das geht ja gar nicht, ich als Schalke-Sympathisant kann ja nicht einfach, egal. Ja, labern wir nicht weiter Blödsinn, wir haben jetzt eine Minute gelabert, nur um so ein blödes Fossil zu nehmen. Du nimmst das, hab viel Spaß damit. Auf der fernen Zilloba-Insel gibt es ein Pokémon-Labor. Dort versucht man aus fossilem Gen-Material Pokémon zu schaffen. Ja, das ist schön. Ich will aber jetzt endlich mal raus aus dem Mond. Oh, wir haben es. Endlich. Paras. Endlich ein Paras und das hat sogar Level 10. Schön. Ach, Blumio. Oh. Oh, Gada-H, Gada-H, Gada-H. Oh. Machen wir mal Egelsamen. Oh. Alter. Du wirst doch jetzt nicht vom Paras fertig gemacht. Ich hab keinen Trank mehr. Dann hab ich noch eine andere Variante, wie wir es vielleicht jetzt schon fangen können. Indem wir Arschkeks besiegen lassen. Nein, indem wir die Donnerwelle einsetzen. Dann ist es nämlich paralysiert. Auch dann... Ja. Hat es es nicht mehr so leicht, aus dem Pokéball rauszukommen. Wir gucken mal, ob es reicht. Bitte, 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 bitte. Nein. Fast hätte es geklappt. Es reicht noch nicht ganz. Gut, dann bleibt nur eins. Ich mach dann Rückzug-Keep. Und hoffe, dass es dadurch nicht besiegt wird. Boah. Oh, shit. Aber jetzt mein letzter Pokéball. Komm, das muss hinhauen. Es muss hinhauen. Wir haben Paras. Hurra. Für Paras wird ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Dieses Pokémon ernährt sich von Baumwurzeln. Die Pilze auf diesem Rücken nutzen es als Wirtstier. Okay. Und wer nichts wird, wird, wird. So, das wissen wir. Jo, ähm... Sollen wir Paras einen Spitznamen geben? Ich finde, Paras ist ein cooler Name. Nein, wir geben Paras ausnahmsweise mal keinen Spitznamen. Hö, keine Idee mehr haben, Hawk. Könnten böse Zungen behaupten. Ja. Aber wir sollten erstmal zusehen, dass wir jetzt hier rauskommen. Denn der Weg nach Azurier City ist noch weit und beschwerlich. Wir sind auf der Route 4, Mondberg-Azurier City. Dort werden wir die zweite Arena treffen. Äh, beziehungsweise den zweiten Arenaleiter oder Leiterin. Ja, gendern. Einfach gendern ist immer ganz wichtig. Also, die Arenaleitung kann sowohl männlich als auch weiblich sein heutzutage, natürlich. Oder auch beides. Oder alles in Kombination. Ja. Auf jeden Fall sollten wir nur zusehen, dass wir heil nach Azurier City kommen. Und dann würde ich mal sagen, dass wir dort mal so ein bisschen unser Team wechseln. Aber gut. Erstmal haben wir eine TM4. Was ist denn TM4? Oh mein Gott, Nintendo 64. Wirbelwind. Wirbelwind könnte ich meinem Konsolen-Falken beibringen. Damit könnte er wilde Pokémon wegwehen. Will ich aber nicht. Wer sollte denn wilde Pokémon wegwehen wollen? Da unten ist nochmal Gras. Hohes Weed. Und da oben befindet sich ganz offenbar eine Trainerin. Du alte Träne, du. Da kommen wir aber so nicht hoch. Dann müssen wir, glaube ich, von Azurier City aus hin. Aber alles zu seiner Zeit. Und ich bin natürlich auch erstmal ganz froh, wenn wir heilen nach Azurier City gelangen und uns erstmal ein bisschen heilen können. Oh, jetzt ist es, jetzt haben wir richtig, jetzt haben wir richtig Pokémon Blau. Jetzt ist es endlich Pokémon Blau. Und nicht irgendwie Pokémon Braun oder Pokémon Grün. Jetzt ist es endlich Pokémon Blau. Oh, schön. So, wir machen jetzt das folgende. Wir heilen uns hier kurz. Wir haben deine Pokémon, die wieder fehlt. Bumdi, blumdi, blum. Danke. Okay. Ja, ja, ich komme wieder vorbei. Hallo, alter Mann. Hat man dir schon von Bill erzählt? Bill, nein, das Science Guy. Jeder nennt ihn den Pokémaniac. Aber ich glaube, die Leute sind dumme Idioten. Wer würde denn nicht mit seinen Pokémon prahlen? So sieht es aus. Bill besitzt viele Pokémon. Er hat einige sehr seltene in seiner Sammlung. Was mit dir? Dieser Bill. Er wird immer groß geschrieben, vor allem. Ich hörte, für seltene Pokémon würde er alles tun. Also wirklich, alles. Alles. Okay. Jemandes PC. Wir machen jetzt mal das folgende. Wir legen mal Pokémon ab. Ich wollte zwar eigentlich noch ein Smetbo haben, aber das können wir vielleicht irgendwann mal nachholen. Ich werde Saftkorn jetzt erstmal ablegen. Ebenfalls verschwinden. Wird. Wobei Radfratz. Radfratz hat uns so treue Dienste geleistet. Sollen wir ihn wirklich ablegen? Das ist eine schwierige Entscheidung. Okay. Wir legen Radfratz mal kurz ab. Trotz Hyperzahn. Und dann gucken wir mal, was wir hier haben. Wir haben Dagi. Wir haben Bibi. Wir haben Steiner. Aber ich würde ganz gerne mitnehmen. Ja, es tut mir leid. Ich würde ganz gerne Bibi mitnehmen und Bibi ein bisschen trainieren. Und außerdem würde ich ganz gerne noch mitnehmen. Sparky ist übrigens ein zweites Pikachu, was ich mir ja geholt habe auf Screen. Sollen wir Paras mitnehmen oder Steiner? Ich glaube, wir nehmen Steiner mit. Auch wenn der Angriff Steiners Befehl war. Wir nehmen Steiner mit und haben nun Pummeluf und Kleinstein mit bei uns dabei. Und zumindest Pummeluf werde ich jetzt mal eine Weile trainieren. Dass es ein paar Level höher kommt. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ah, hier bin ich wieder. So, wir sind zurück bei Azuria City. Und ich habe ein bisschen trainiert. Und so, Bibi kann jetzt ein bisschen was mit Level 14. Vielleicht gibt es jetzt nicht mehr so viele Down-Wars. Und wie ihr seht, obwohl sie nur Level 14 ist, hat sie die meisten KP. Das ist sehr interessant. Ich finde es übrigens interessant, dass auch Arschkeks den Bibi-Sprite hat. Beziehungsweise beide haben ja quasi den Pipi-Sprite. Aber ist so. Unseren Konsolen-Falken haben wir auch ein bisschen. Sie haben übrigens jetzt alle neue Attacken gelernt. Steiner kann jetzt Steinwurf. Konsolen-Falken kann jetzt Furien schlag. Bibi hat jetzt ein volles Pfund, was er in die Fresse geben kann. Ja. Na gut, alle haben so keine neue Attacken. Aber das sind so die neuen Attacken, die ich jetzt habe. Weiterentwickelt habe ich jetzt natürlich kein Pokémon. Das sollt ihr nicht verpassen. Und ich würde mal sagen, wir machen jetzt einfach mal eine kleine Tour durch... War die ganze Zeit der Mauszeiger im Bild. Wir machen jetzt einfach mal eine kleine Room-Tour durch Azuria City. Außer hier den Mürkt. Den brauchen wir nicht. Dann werde ich ja ganz verrückt. Hallöchen. Lammus ignoriert die Befehle. Wirklich? Was ist da los? Lammus, schlage zu! Oh nein! Bitch, slap! Oh! Wieder nicht. Ach, Lammus. Was ist mit dir los? Du bist auch ein Trainer. Zu sammeln und zu kämpfen ist nicht immer so leicht. Ja, du sagst das. So, äh... Was haben wir hier? Azuria City, die Pokémon-Arena. Arena-Leiterin. Misty! Die gruselige Arena-Leiterin. Allerdings, sie kann sehr leicht aus der Haut fahren, wie wir aus der Serie kennen. Ja, Mensch. Und du hier? Wann machst du hier? Der Busch vor dem Laden steht im Weg. Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Nö, gibt's nicht. Ja, das ist das Problem. Hier ist sowieso gut wie alles abgesperrt. Man kommt hier nirgendwo hin. Wir gehen jetzt einfach mal in dieses Haus. Ei, ei, ei. Was sehe ich da? Ein verliebtes Ehepaar. Hallöchen. Hallo! Willst du dein Quapuzzi nicht gegen ein Rossana tauschen? Alter, wo soll ich jetzt auf die schnellen Quapuzzi hernehmen? Wenn du nicht magst, kann man nichts machen. Diese Jugend von heute, oh, legt's mir doch am Arschi. Das ist scheiße. Mein Mann tauscht für sein Leben gern Pokémon. Bist du auch ein Sammler? Würdest du bitte Pokémon mit ihm tauschen? Ja, wenn er mir kein dämliches Quapuzzi will, gerne. Aber so kommen wir leider nicht ins Geschäft. Jo, was haben wir denn hier? Wer bist du denn? Nur sehr begabte Trainer tragen Pokémon-Orden. Warum sind sie alle Schweizer jetzt hier? Wie ich sehe, bist du bereits Träger eines Ordens. Die Orden sind geheimnisumwoben. Also dann, über welchen der acht Orden soll ich dir etwas erzählen? Den Felsorden, den brauchen wir nicht. Du kannst jederzeit Blitz einsetzen, du Arsch. Ja, also der nächste, den wir erringen, ist ja der Quell-Orden. Entschuldigung. Falsche Taste. Obwohl, so klingt die Musik auch cool. So, ja, umheimnisumworben. Umwoben, meine ich. Nein! Entschuldigt. Ja, so kann man das Let's Play ausstrecken. Ja. So, jetzt kann ich auswählen. So, Level 30 Pokémon folgen mir dann. Pokémon höherer Level gehorchen dir jedoch nicht. Ferner kannst du den Zerschneider außerhalb von Kämpfen nutzen. Und das wird noch wichtig. Das ist eine sogenannte VM, die werden wir noch kennenlernen. Also dann, ja, und die restlichen, die will ich euch noch nicht spoilern. Es gibt acht Stück. Wir müssen die Namen jetzt noch gar nicht wissen. Die werden wir alle bekommen. So, das hier ist Hinterhof. Richtiges Hinterhof-Feeling. Ich weiß gar nicht, ob man hier irgendwas nützliches findet. Offenbar nicht. Zwicht. Da oben ist eine Brücke. Die wird noch sehr wichtig, denn wir werden hier einen kleinen Glitch ausnutzen. Aber dazu kommen wir noch später. Und ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal hier hin. Die Leute hier wurden beraubt. Das Team Rocket steckt hinter den abscheulichen Verbrechen. Sogar die Polizei, die Pozilei, ist gegen das Team Rocket machtlos. Guckt mal, ich habe den Einbrecher gefunden. Du musst einfach nur durch diese Tür gehen, in den Hinterhof laufen, und dann hast du ihn. Und du sagst, du bist machtlos? Gott. Das ist wieder typisch Pozilei hier. Gut. Gehen wir noch mal in dieses nette Häuschen hier. Wer ist denn das? Ein Fahrradladen. Die Fahrräder sind ziemlich cool, aber unheimlich teuer. Ich möchte ein Hollandrad. Ohne Holland fahre ich jetzt Rad. Ein Mountainbike hat keinen Gepäckträger. Ah, scusi. Willkommen in die Fahrradladen. Wir haben garantiert das richtige Fahrrad für dich. Richtig. Das habe ich hier noch von Italiener zum Russen gemacht, in einem Satz. Okay. Das ist unser bestes Fahrrad, eh. Möchtest du es haben? Ja, kostet ja nur eine Million Pokedollar. Das haben wir doch locker auf der hohen Kante. Tut mir leid. Kannst du dir nichts leisten, eh. Komm noch mal wieder, wenn du etwas reicher bist. Okay. Ja. Genug Morschussprüche gemacht. Wir kommen hier noch nicht wirklich weiter. Ihr seht über diese komischen Büsche hier. Mit denen können wir aber leider im Moment noch nichts machen. Das kommt später. Also, würde ich mal sagen, gehen wir doch einfach in die Arn. Okay, mal gucken. Hey. Warte, du Champion in Spee. Ich habe einen Tipp für dich. Misty. Die Arenaleiterin ist ganz schön mistig. Du kannst ihnen das Wasser mit Pflanzen-Pokémon entziehen. Elektro-Pokémon. Dürften sich auch als letztlich erweisen. Tja, was haben wir denn überhaupt hier? So. Werfen wir nochmal einen Blick auf unser Team. Wir haben einen Arschkeks von Level 16. Den habe ich irgendwie nicht weiter trainiert. Und Blumio hat zumindest ein bisschen Level noch dazu bekommen. Level 20 sollte ausreichen. Eventuell bekommen wir hier kleinere Probleme gegen Mistys zweites Pokémon. Das kann ein bisschen heftiger werden. Dann hoffe ich, dass die anderen zumindest nicht gewonnen hittet werden. Warten wir es mal ab. Warten wir es mal ab. Ansonsten kann es nämlich auch ruckzuck vorbei sein. Denn ich würde mal sagen, wir kämpfen erst einmal gegen die Trainer hier. Hey du Trainer, komm her geschwommen. Hast du alles, was du zu sagen hast? Ein Schwimmer möchte kämpfen in voller Montur. Gott sei Dank hat er eine Badehose an. Und ein SEPA ist süß. SEPA mag ich. Tschüss. Ein SEPA Lastschriftmandat. Oh Gott. Also SEPA, äh SEPA, äh P, ach egal. Ja, lassen wir das. Tschüss. Blumio hat das gerockt. Muschus. Da werden wir nochmal das Pokémon wechseln, oder? Komm, das ist ein Pfeife Arschkeks. Das ist ein richtiger Arschkekskampf. Das sehe ich doch kaum, warum einmal Donnerstücke gut ist. Oh. Ach, daneben. Das mag ich gern. Tschüss. Sag ich doch, ein richtiger Arschkekskampf. Hurra. 331 Erfahrungspunkte. Aber leider kein Level für Arschkeks. Das darf nicht wahr sein. Entschuldigt. Zeit für den zweiten Trainer. Oder Trainerin. Zuerst fordere ich dich heraus. Misty. Muss warten. Misty. Ist ganz schön mistig. Jo, da hast du recht. Eine Pfadfinderin. Was macht die denn hier? Und was hat sie da? Oh, Goldini. Cool. Ich mochte immer, ich mochte immer die Pornostimme von Goldini aus der Anime-Serie. Goldini, Goldini. Das kann böse werden mitunter. Das kann böse werden mitunter. Komm mal weg. So, tschüss. Oh. Oh nein. Bitte nicht ruten. Komm, egelsam. Oh, Schnabel. Das hätte ich vielleicht doch besser nicht... Nee, das hätte ich nicht machen sollen. Oh je. Vielleicht doch keine gute Idee. Ich hätte es doch mit dem Ranken-Hip beenden sollen. Na, ich wollte es ja so. Level. Cool. Ich bin überwältigt. Na, nicht schon wieder Schweizer. Ich bin überwältigt, ey. Jo, ich gehe noch einmal in das Bock. Komm mal um 10. In das Pygmen-Center meine ich natürlich. Nur um sicher zu gehen. Dass da jetzt mit Blumio nichts schief läuft. Da mit Blumio ja nichts schief laufen soll, ne? Und deswegen wird es jetzt Zeit, Misty in den Hintern zu treten. Du musst neu sein. Ich habe dich noch nie gesehen. Wenn ein Trainer zum Profi werden möchte, muss er sich eine Pokémon-Taktik erarbeiten. Auf welche Weise fängst du deine Pokémon? Ich kloppe mit dem Hammer obendruf und dann rein in den Ball quetschen. Meine Strategie basiert auf gnadenlosen Offensive-Einsatz von Wasser-Pokémon. Mit anderen Worten, du haust auch immer feste obendruf. Ohlala. Misty, Misty, Misty. So sahst du aber nicht in der Serie aus. Da warst du etwas kinderfreundlicher. Stern Du. Offenbar sind wir schon per Du. Das finde ich gut. Ansonsten wäre es ja Stern Sie. Na ja, gut. Dieser Knosp. Dieser Knosp. Wer ist dran? Natürlich bist du zuerst dran. Komm, weg mit dir. Oh. Oh, du hast es überstanden. Interessant, interessant. X-Abwehr. So, jetzt ist die Verteidigung natürlich höher. Aber dummerweise nicht die. Nein, nicht nochmal. Iggelsamen, du vollidiotdeppenkönig. Mann. Ähm. Wechseln wir doch mal Hakenien ein, oder? Mal gucken, ob Hakenien das übersteht. Mein Junge. Nachdem du alle Flüge in Hyrule in Hyrule verbringst, können wir dann über Merse reden. Oh. Dinner. Oh. Ja. Die Macht eines Königs. Nimm sie. Oh, wunderbar. Gute Vorarbeit von Blumio. Und 204 satte Erfahrungspunkte für Hakenien. Trotzdem kein Level. Aber wir werden das Pokémon wieder wechseln. So, wir wechseln auf Arschkeks. Denn Blumio soll hier meine finale Wunderwaffe sein. Level 21. Und das könnte bedeuten, sollte Starmie auf die Idee kommen. Jetzt hier direkt den Blumstrahl einzusetzen. Bin ich mir nicht sicher, ob Arschkeks das tatsächlich übersteht. Wir setzen den Donnershock ein. Und das ist genau der Worst Case, den ich befürchtet habe. Oha, da hat jemand das falsche Pokémon gewählt. Oh. Legt sie mir im Arsch. Gut, dann noch ein Rucksackhieb hinten her. Das macht zumindest noch ein bisschen Schaden. Oh. Gut. Verteidigung nimmt zu. Das macht jetzt. Ich kann mit dem Rucksackhieb... Oder mache ich Donnerwelle? Ich mache Donnerwelle. Oh. Du bist ja schneller. Ich hätte doch den Rucksackhieb machen sollen. Das war jetzt dämlich. Gut. Oha, schafft Blumio das? Level 21 gegen Level 21. Und die Tackle von Starmie sind hart. Und präzise. Wenn Blumio das nicht schaffen sollte, dann haben wir diesen Kampf so gut wie verloren. Aber Blumio hat es geschafft. Wow. Knappe Kiste. 931 Erfahrungspunkte. Also was für ein Unterschied zu den anderen Pokémon. Und damit ein Level. Au. Blumio. Blumio versucht Giftpuder zu erlernen. Aber Blumio kann nicht mehr als 4 Attacken erlernen. Huch. Huch. Sollen wir eine andere Attacke weg machen dafür? Aber natürlich. Welche soll es denn sein? Der Heuler. 1, 2, 3. Blumio hat den Heuler vergessen. Und Blumio lernt Giftpuder. Das ist böse. Wow. Du bist sehr gut. Alles klar. Ich überlasse dir den Quellorden als Zeichen de... ...deines Triumphes. Cool. Der Quellorden lässt alle Pokémon bis Level 30 deinen Befehlen gehorchen. Sogar die Außenseite auf YouTube gehorchen dir. Deine Pokémon können den Zerschneider nun jederzeit einsetzen. Du kannst kleine Büsche zerhacken und so neue Wege freilegen. Aber dafür musst du die VMS mal haben, du Arsch. Zu guter Letzt schenke ich dir noch meine Lieblings-TM. TM11. TM11 ist der Blubstrahl. Wasser-Pokémon können diese Attacke erlernen. Nur Wasser-Pokémon? Gucken wir doch mal. Äh, halt. TM11. TM11 hat sie gesagt. Hier. Hier, Bibi kann doch Blubstrahlen. Oh, soll ich das machen? Oh, ihr würdet... Ich glaube, ihr würdet mich so hassen, oder? Nicht auszudenken. Oh Gott. Ich mache sie damit irgendwie zu einem festen Bestandteil meines Teams. Das tut mir so leid, Leute. Also bis zum nächsten Mal. Euer Weehawk.